Ich will diese Diamanten nach Karat sortiert haben und wenn ihr euch auch nur um ein Zehntel Milligramm vertut, werdet ihr in Honig geschwenkt und in eine Bärenhöhle geworfen. Oh, Schätzchen, was hast du denn da Schönes? Äh, eine Halskette? Ja, eine Halskette. Und wem gehört die? Mir! Ihr drei Insekten seid genug herumgekrabbelt. Hast du das mit drauf, Gwen? Ähm, ja, aber ich glaube, den Satz müssen wir rausschneiden. Hä? Oh. Was hast du mit meiner Höhle gemacht? Man, eure Insektenkostüme sind echt übertrieben. Äh, Ben, ich glaube nicht, dass sie ein Kostüm trägt. Oh, warte, warte, mir fällt da was ein. Unterirdische Höhle, Insektenschurken, gruselige Bienen, Lady. Action! Hey, ich summe euch mal was vor. Ihr fleißigen Bienchen solltet lieber ganz schnell die Mücke machen. Sonst landet ihr alle auf einer Ameisen-Farm. Ist das drauf? Lass mich mal sehen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Du hast das nicht gefilmt? Ihr habt meine Decke zerstört. Nicht zu fassen. Ich muss alles neu einrichten, Tronen. Greif an! Gwen, diese Move solltest du unbedingt filmen. Oh, Ben! Ja! Ach, steh auf! Was soll das? Oh, puh, puh. Ist mir doch egal. Schnappt euch dieses Teil. Ihr Jungs seid ja nur lösche Eintas fliegen. Ben, es sind zu viele. Du musst endlich ernst machen. Ah! Ich mach total ernst. Das ist ein voll ernster Actionfilm. Ja! Hast du das drauf? Hast du das drauf? Hat sie nicht. Vermisst du etwas? Ich hab jetzt die kleine. Gwen! Es war ein Fehler, das Dach meiner wunderbaren Höhle zu zerstören. Jetzt muss ich mir eine Strafe für euch ausdenken. Entschuldige mal. Könntest du... Da verschwinden! Du stehst mir im Licht! So lässt du mich schlecht aussehen. Du willst nur meinen Hammer-Actionfilm kaputt machen. Mein Film! Meiner! Meiner! Oh, wow. Hab ich wirklich wie sie geklungen? Es ist perfekt. Unsere super geheime Locationsuche war ein voller Erfolg. Jetzt können wir unseren hammermäßigen neuen Film drehen. Und, was noch wichtiger ist, wir haben den perfekten Star. Sag es ihr, liebe Regisseurin. Er hat recht. Sie haben das Gesicht einer... Sie sind wie für die Leinwand geschaffen. Oh, na ja. Ich hab tatsächlich etwas Amateurtheater gespielt, bevor ich eine kriminelle Karriere einschlug. Oh ja, ich sehe, sie sind ein Naturtalent. Hör doch auf. Keines ist wahr. Sie haben wirklich dieses gewisse Etwas. Psst. Ihr Jungs habt ein echt gut organisiertes Team. Nur schade, dass eure harte Arbeit nicht gewürdigt wird. Wie meinst du das? Klar werden wir gewürdigt. Aber sicher doch. Solange ihr nicht von einer Diva angeschrien werdet. Ihr arbeitet härter als jeder Ameisenhaufen. Und was tut sie? Und jetzt von rechts. Sie lässt sich ablichten. Und behält auch noch die ganze Knete. Scheint irgendwie nicht ganz fair, oder? Aber sowas von... Wisst ihr was, Leute? Ich denke, wir sollten einen sehr klar formulierten Beschwerdebrief schreiben. Oder ihr könntet rebellieren und den ganzen Schatz selbst behalten. Weißt du was? Du hättest durchaus Talent für einen Verbrecher. Danke, aber ich brauch keinen Job. Denn ich bin... Ein Actionstar! Wenn du meinst. So, verflickst! Wow, die sind super geworden. Haben sie einen Agent? Glaub mir, ich hab ewig gesucht. Ich kenne einen richtig guten. Hier, machen sie ein paar Selfies. Äh! Oh! Meinst du, es gibt im Gefängnis eine Theatergruppe? Ich habe heute eine wichtige Lektion gelernt. Ab sofort kommt mir mein Ego nicht mehr in die Quere. Tatsache ist, dass ich heute Insekten ausgeräuchert und die Ersparnisse der Leute gerettet habe. Ich hätte das nicht geschafft ohne... Gwen? www.biensten.com .biensten.com Untertitelung des ZDF, 2020